Tobi beginnt und legt vor. Tobi, legt ihr den Ball zurecht oder passt's? Der Vorwärmträner, der macht immer die ganzen Muddi's an. 72, der Luis. Hooooooooooohhhhhhhhhh 71 Der Toni Und jetzt noch in das Stadion, freu den Toni an! Toni 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 61 Die Nervosität Der Lukas Balzer Lukas, Luki, du bist dran! Hooooooooooohhhhhhhhhh 68 Der Hofmann Johannes Yiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii Hooooooooooohhhhhhhhhh 69 Und der Schütze Maurice Hooooooooohhhhhhhhhh gar nicht 171. Damit verabschieden wir uns mit einem kurzen Applaus von Borschke Toni, von Paul Zalukas, vom Hofmann Johannes. Dritter Platz mit 71 kmh in Gießling-Louis. Zweier Platz mit 72 kmh in Krause-Tobi. Und erster Platz mit 79 kmh in Gießling-Louis.